Es gibt wieder einen neuen Beitrag hier auf der Kräuterhexe. Ich bin auf den Topinambur gekommen. Der ist nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker. Und so gibt es heute ein Rezept für ein veganes Topinambursüppchen mit Topinambur Chips. Willkommen an meinem Videoblog. Heute widme ich mich dem Topinambur. Diese Knolle findet ihr im Supermarkt oder auf Märkten und sie sieht so aus. Topinambur ist sehr gesund und besonders gut für Diabetiker und Diäten geeignet, da er keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Mehr über seine Wirkung könnt ihr im Link unter der Beschriftungsbox lesen. So und wir starten nun mit der Zubereitung des Topinambursüppchens. Wie immer könnt ihr die Rezepte unterhalb des Videos nachlesen. Für drei Portionen benötigt ihr 125 Gramm Topinambur und 250 Gramm Kartoffeln. Beide Knollen schälen und in sehr kleine Stücke schneiden. Topinambur ist ein wenig härter als die Kartoffel und hat daher eine längere Garzeit. Wichtig ist daher, dass er besonders klein geschnitten ist. Wichtig ist daher, dass er besonders klein geschnitten ist. Einen Esslöffel Olivenöl in den Topf und mit je einen halben Teelöffel Muskat, Majoran und Kreuzkümmel würzen. Kartoffeln und Topinambur dazugeben und einen halben Liter selbstgemachte Gemüsebrühe dazumischen. Wenn ihr keine Gemüsebrühe zur Hand habt, dann könnt ihr auch mit Wasser aufgießen und dieses dann mit selbstgemachten Kräutersalz würzen. Mindestens 30 Minuten kochen lassen und zwei Esslöffel pflanzenbasierte Sahne dazugeben. Ich habe eine aus Soja verwendet. Danach wird alles mit dem Pürierstab püriert. Diesen Teil hat dieses Mal Joachim übernommen, der normalerweise hinter der Kamera steht. Bei Bedarf könnt ihr noch mit Salz und Pfeffer würzen, was bei mir aber nicht notwendig war. Jetzt machen wir aber noch das Topping dazu, nämlich die Topinambur Chips. Für die Topinambur Chips hobelt ihr den gewaschenen Topinambur auf einen Gemüsehobel in feine Spalten. Ich habe das mit einem Topinambur gemacht. Die Chips auf ein Backblech geben und mit Olivenöl bepinseln. Bei 200 Grad im Backrohr sieben Minuten lang backen und bei Bedarf salzen. Und fertig sind die Chips. Diese sind übrigens eine tolle Alternative zu Kartoffelchips und sind viel gesünder. Bei uns kommen sie aber in die Suppe und sind das ideale Topping. Ich finde sowohl Suppe als auch Chips total lecker. Einmal was anderes. So, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.